Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute bei Fresh Angezockt spielen wir Battle Riders. Wir pressen Any Key to Stick Skip, damit wir schnell ins Spiel kommen und nicht hier irgendwelche Videos angucken müssen. Und wir spielen die Karriere. Ähm... Und wir spielen Wookiee. Ich hab keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert, aber passt schon. Welchen nehmen wir? Oh, okay, wir können nur den Raptor nehmen. Ähm, und da würde ich sagen, legen wir direkt los. Better Ways, Ways to the Finish. Weapons allow you to wreck opponents. You must finish first to win. Logik, ne? Simple Track with a lot of straight lines. Dies das anders. Okay, wie steuert man? Wer ist der? Sieht so aus, wie schießt man? Wo schießt man? Ich hab keine Ahnung, wo man schießt. Nicht mit der Maus. Gut, hier. Ich brauch Heilung eigentlich, aber ich brauch Schnelligkeit. Komm ich nicht an dem vorbei? Was ist denn das? Der sammelt das halt auch rein. Jawohl, jetzt zieh ich vorbei. Und heu mich direkt. Ich hab keine Ahnung, wie man schießt. Das muss ich gleich mal nachgucken. Gut geblockt. Wieder Vollgas. Ja, jetzt werde ich beschossen. Das ist halt ein bisschen mies. Nein, ich hänge fest. Oh, jetzt blockt er mich. Oh, jetzt bin ich letzter. Vorletzter. Mit der geblockt hat. Und Final Lap, ja, ist klar. Ich wüsste echt gerne, wie man schießt. Hier vielleicht irgendwo? Nein. Fuck. Ja, dadurch verkack ich's halt jetzt. Dritter einfach nur. Und ihr seht oben, wir sind schon ziemlich am Ende der Runde. Vielleicht hätte ich das Tutorial doch spielen sollen. Ganz, ganz vielleicht. Komm, kann ich irgendwie noch an dem vorbeiziehen? Wüsste ich jetzt, wie man schießt, ne? Na, die blocken mich hier raus. Oh, fuck, was mach ich denn? Komm, der eine hat das nicht eingesammelt da vorne. Ja, hier ist das Ziel. Dritter. Okay. Controid sollte ich mir vielleicht vorher angucken. Damit ich das hier irgendwie gewinnen kann. Machen wir mal das Tutorial, würde ich sagen. Boost, Health, Crids, Amo. Nice. Okay, das kriegen wir hin. Welcome to the tutorial. Blabliblub. Pass out. Wie ist das? Ah, man muss gar nicht weh drücken, oder was? Was ist die? Ah, zockt. Wahrscheinlich. Okay, das ist Bremsen. Left Shift. Left Shift hier. Okay. Okay. Wenn ihr car ist damaged, drive over half. Okay. Whisper. Blut. Hier vorne ist eins. Irgendwo. Hier. Okay. Müssen wir das jetzt auch machen? Nee. With the left weapon and the right weapon buttons. Und wie schieße ich jetzt? ZX hier unten, oder was? Das Problem ist, gleichzeitig noch zu lenken, weil es ist hier wirklich ZX. Okay, später kann man andere Waffen kaufen, okay. Okay. Tutorial haben wir abgeschlossen. ZX, Freunde. Z und X. Das gibt's auch nicht, oder? Weptor, den nehmen wir und dann geht's los. Ich mach's nur. Ich schieße nur mit ZX, wenn wir schießen. Oh, ich hab die Tür. Bäm. Den hab ich gut ausgebremst. Beziehungsweise gegen die Bande gedrückt, ja. Direkt zwei Turbos mitgenommen. Okay, jetzt bin ich Profi in dem Spiel. Kann man so sagen. Denk ich. Hier kommt keiner mehr an mich ran. Boah, da hab ich belenkt. Das war nicht ganz so klug vielleicht, aber egal. Noch ist keiner auch nur anerend in meine Nähe gekommen. Von daher alles gut. Wie kann man nochmal zurückgucken? Oh, fuck. Der kommt direkt von hinten angezogen. Oh, der trifft. Kann man irgendwie nach hinten schießen? Nein. Okay. Der ist die andere Seite gefahren. Der wollte sein Auto lieber heilen. Ich hab den Speed mitgenommen. Die Frage ist halt, was jetzt besser war. Hier natürlich wieder Speed. Ich hab ja Moon. Ach, der kommt nicht mehr ran. Also wenn der herankommt, dann gute Nacht, schöne Gegend. Aber sollte er nicht mehr. By the way mach ich jetzt bei jedem Flash angezockt eine Abstimmung. Ob ihr noch mehr davon sehen wollt oder nicht. Und dann schau ich mal, wie ich das hinkriege, noch mehr von den jeweiligen Spielen zu zeigen. Also auch hier wieder, wenn ihr mehr sehen wollt oder wenn ihr nicht mehr sehen wollt. Oben rechts einmal auf das I drücken zum Abstimmen. Ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Ganz einfach, wie immer. Erster geworden. Nice. So, das Rennen hätten wir dann abgeschlossen. Kann man jetzt schon was kaufen? Ah, ich fahr erstmal noch Rennen 2, würde ich sagen. Na? Hier kann man Sachen kaufen. 5.000 kostet das. Okay. Die kostet 3.000. Ja, da war ich gerade. Was gibt's hier? Ah, Spoiler. Auch 3.000. Farbe. Die ist kostenlos scheinbar. So sieht doch cool aus, oder? Gucken wir mal, was es noch für Farben gibt. Gibt's auch Pink. Das ist so das Pinkigste, was es gibt. 16. Okay. Das ist mein Auto, jetzt. Für das nächste. Neuer Track natürlich. Sechs Leute jetzt, oder was? Nehmen wir jetzt, glaube ich, auch noch einer. Ja, sechs Stück. Ja, sechs Stück. Komm Aha, jetzt kommt von hinten wieder einer Die nehmen mich in die Zange Hört doch mal auf damit Ja, mein Auto ist gleich kaputt Das climbt schon Ich hätte in die andere Seite fahren müssen Nice, ausgebremst Okay Hier ist wieder Help Fahr doch langsamer Oh, Drift Jawohl, den hab ich gut weggedriftet Oh, fuck Der trifft mich ja mal Ist hier schon Ne, hier ist noch nicht Oh, fuck Der hat nochmal getroffen Okay, okay Hier ist einer, oder? Ja Erster, Freunde Erster So muss es laufen Uiuiuiui Habe ich jetzt Cash Das ist jetzt die Frage New track available Gucken wir mal track 3 3400 haben wir jetzt Damit könnten wir doch schon mal so eine Armor kaufen Theoretisch Oder aber natürlich hier so ein Upgrade Was ein bisschen Speed bringt Ich bin mir nicht sicher Komm, wir kaufen das Speed Ding Und dann fahren wir damit nochmal Ein bisschen mehr Speed ist ja immer nicht so schlecht Und dann schauen wir mal hier im dritten Rennen Was hier so geht für mich Ah, ich hab ja noch keine Waffe Ich wollte die Waffe schon zünden direkt Diesmal wieder nur im Vierer Rennen Ich hab den Speed nicht bekommen Schön an der Waffe vorbeigelenkt Oh Gott Oh, was mach ich da? Ah, den anderen hab ich aber auch schön mit abgeräumt Okay Oh, fuck Der trifft mich direkt mega Moona ist noch voll geladen Moona ist noch voll Also kann ich ruhig den Speed nehmen Hier ist Lab 1 von 3 Drei Runden, Freunde Gott, ey Hoffentlich kommen die nicht von hinten Oh, was mach ich da? Ja, doch Heilung ist gar nicht so verkehrt Ah ne, das war gar kein Halten Das war Credits Oh man 200 Cash hab ich bekommen So, jetzt Vollgas So, jetzt Vollgas Ihr seht hier meinen Vorsprung Leute, der ist echt groß Kommen die nochmal ran? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht Oh, das ist echt guter Vorsprung Wenn ich keinen großen Fehler mach Sollte ich das Ding über die Bühne bringen Ja Hier hab ich nochmal Credits gerade bekommen Ich glaube Credits bekommt man, wenn das Auto bereits Vollgehalt ist Aber meiner Meinung nach unten sieht es nicht unbedingt Vollgehalt aus Das Grüne Ich weiß nicht, ob das das ist Weil da ist ja am Rand noch so ein bisschen grau So, Runde drei von drei Schauen wir mal Komm, jetzt nehmen wir den Speed mit Da ganz hinten waren glaube ich Da habe ich ja immer keine Ahnung Ob die da wirklich kommen Zack, wieder Vollgas Vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit Nur im Rückspiegel gucken Sondern auch mal nach vorne Wäre so eine Idee, ne? Zack Schöne Kurvenlage hier Dann nochmal ein bisschen Cash mitnehmen 200 Uiuiui Das war eine scheiß Kurvenlage Und hier sollte dann gleich auch das Ziel sein, oder? Ja, hier ist das Ziel Und Freunde Dann würde ich sagen Mit Blick auf die Uhr Ähm, wenn es euch gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben Das stimmt doch oben ab Ob ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt Vom Battle Riders Ich glaube Ich guck mal kurz Hier gibt es eine Challenge Was heißt das? Time Attack Ne, schade Geht nicht im Online Multiplayer Glaube ich Von daher Werden wir dann Wahrscheinlich die Karriere weiterzocken Solltet ihr es wirklich Weiter sehen wollen Ähm, von daher Ja, wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Wenn ihr nichts verpassen wollt Ein Abo Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei Bis dahin Schaut rein Tschau